Musik Wenn wir eine Kerze anzünden, sei daran gedacht, dass Kerzen einen Raum ausleuchten. Schwach und zaghaft vielleicht, aber eben doch. Kerzen können Wege sichtbar machen und in der Dunkelheit Orientierung ermöglichen. Sie lassen Möglichkeiten erahnen, die ohne sie im Dunkeln blieben. Wie die Liebe die Wege zu finden vermag, wo andere Kräfte am Ende sind, die Lichtspuren ahnend freilegt, die ohne sie undenkbar blieben. Von Liebe waren auch die Lebenswege der Verstorbenen durchwirkt. Nicht immer eindeutig erkennbar, aber eben doch. Von Liebe auch war ihr Blick auf uns erfüllt. Und danken wir für diese Liebe, beten wir für diese Liebe. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020